Weiter komme ich weiter, lasse positive Gedanken walten, dann bleibt die innere Ruhe erhalten. Heiter sein und heiter bleiben, löst Sorgen und manches Leiden. Die Gelassenheit ist ein nebenwirkungsfreies Antibiotikum gegen Alltagsstress. Positive Gedanken ziehen positive Gedanken an. Negatives Denken versträgt unweigerlich in die Negation des eigenen Daseins. Humor hilft heilen. Heiter weiter bringt mehr als schlauer sauer. Das Leben ist heiter bis wolkig, aber wäre es immer heiter, würde etwas fehlen. Humor ist die halbe Gesundheit. Sei aktiv. Positive Taten, gute Worte und wohltuende Gedanken geben dir Lebens- und Heilkraft. Humor ist Sonnenschein des Geistes. Wir alle brauchen die Freude, weil sie das Positive in unserem Leben ist. Die Pflege positiver Gedanken ist der Antrieb für die Reise auf die Sonnenseite. Ein klares Ziel und ein starker Wille lassen uns auch große Hindernisse überwinden. Humor ist das Öl in unserer Lebenslampe. Sind die Gedanken heiter, bringen sie die Menschen weiter. Möglichst heiter ein Stück weiter auf der Lebensleiter. Wer es versteht, dem Leben neue positive Seiten abzugewinnen, dem gelingt es auch Schatten zu vertreiben. Heiter machen heißt, wer andere erheitern kann. Sei einfach heiter, es ist gescheit. Hast du das Todo-Demand-Leiter im Zusammenhang? Wenn man das Einfachheitouve Danke stark für dieseaboranten Okayyoubriere? some ReiseIDS stecken.